also ich wollte schon anfangen 321 los meine aufnahme läuft schon so hatte ich muss jetzt erstmal erfahren checken die sind one point so hallo herzlich willkommen hier zu einer neuen folge rocket league mit den zwei gehst du bist du die ganze zeit die suche ab ich dachte du bringst du bricht die ganze zeit die suche ab ich glaube ich habe es nicht abgebrochen bastian redet auch irgendwie nichts mehr ist weg ok schüss ich fand ich steck ich glaube das ist doch da meine zehn punkte ja ich habe schon zehn punkte was habt ihr ich habe den ball ich habe den gegner getroffen zählt das wie das zählt nicht warum zählt das denn nicht zum glück keiner zu ich bin zu weit hinten leider das war knapp hast du das gesehen ich habe mir vorbeigesegelt was ich gemacht habe was ich je gemacht habe so ein Mist aber auch dabei sieht mein auto so gut aus kacke arsch hey das dachte man aber nicht im internet kacke arsch into space der hat ein twitch fähnchen ich fand ich steck snack hoppa hoppa ich will auch mal vorne stehen damit ich zehn punkte krieg hab ich ach komm was ist denn los mit denen oh fuck zu früh gesprungen alter simon jungen ja jungen was willst du komm ran eine minute im spiel und schon 2 0 hinten die sind doch irgendwie besser als die von vorne eben ich dachte der schießt früher deswegen bin ich reingesprungen jaja ich krieg vielleicht auch zehn punkte aber nur vielleicht kriegst du nicht doch krieg ich oh god fuck bin schon wieder nach vorne gefahren aber warum trifft denn sowas nicht wieso trifft denn sowas nicht wieso trifft das nicht wieso trifft das nicht hör auf zu brallen wir sind hier lit nix hab deiner, deiner alter, das gibt ja nicht ich hab's versucht aber ich war zu weit weg sorry der war kacke aber es ging nicht anders leude leude also es ging wohl anders aber aber jetzt gar nicht ich hab mich dafür entschieden und das war eine schlechte Entscheidung so probier jetzt mal was ach hat nicht funktioniert ich dachte der schießt ne zum glück hat er den da aufgeholt hab ich oh der hat meinen Basel gestohlen ach komm was ist denn los mit denen hab ich die sind echt besser als die vorher herkommt mir dich oh sorry 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 hab ich oh nice so nice war der ja nicht oh auch schön auch schön hab nie gewartet das hat funktioniert ach man oder komm mit dich ach ach tja hätt ich gewusst es ja so hoch hab ich geflogen also hätt's versucht das heißt es wäre ekelhaft gewesen dann ist auch egal he nein oh sebastian was ist los ja ich weiß auch nicht junge ich bin grad überhaupt nicht lieb ja sorry war aber der sch boah 10 punkte für mich ekelhaft ekelhaft der war schön hallo jetzt müssen wir mal ne runde tryharden ne ne alle sonst gewinnen wir halt nicht mehr wir gewinnen dann sowieso nicht mehr natürlich das sind für ne fiese Einstellungen ja echt hoppala kisolons oh oh ja aber mit schmackes war der ruf he da guck ich das ableckungs manöver hier vorne mia아 tung per fekt 115 sehr gut ich finde ich steck ich brauch die punke dann komm weiter die punkeja Oh ja, das hab ich gut gemacht. Nein. Oh. Eng geblieben am Erzfeind. Endgegner. Ja, du wolltest doch bastelt haben, oder? Nein. I got you back. Nein, 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 hat er nie jemanden. Hä? Jesus, war das knapp. Schön, hab ich. Danke. Sorry. Oh. Da war ich ja ein bisschen zu flott. Simon. Ja, ich hab mit dem Fliegen natürlich nie geschissen. Unfall. Ihr habt das Spiel ja noch nicht lang. Sag mir so, wir haben es länger, aber wir haben es nicht so oft gespielt. Ja, genau das war ich. Ach, Kacke. Ah, der geht noch. Ist noch warm. Der ist noch warm. Leute. Ach, Kacke. Ich bin schon wieder irgendwo, ihr müsst den Regeln. Oh. Hoppula. Reden. Da konnte ich jetzt einfach nur, da konnte ich jetzt einfach nur stehen bleiben. Ja, da war so, okay. Der ist drin. Ich glaube, das war ich. Hm? Ja. Wurde geschubst. Nein. Wurdest du nicht? Echt? Doch. Nein. Ja, hoch gewinnen wir es nicht mehr, Leute. Quatsch. Das geht noch. Ich darf ja nicht nach vorne drücken, wenn ich flieg. den Weg. Aua. Leute. Komm mal ran jetzt. Ne, schon da. Das war super. Oh. Vercheckt, sorry. Wollen wir nochmal? Boah, jetzt bin ich aber echt mies grad. Schön. Oh ja. Unhaltbar. Oder nicht. Alter, wie sie sich immer selber beneisten, so richtig ekelhaft. Bist ihr zollt die, nur wenn wir nicht gewinnen? Ne, ich bin zollt die, weil die so eklig sind. Ich meine, ich sag auch immer, mein Gott, ich bin der Geilste, vor allem wenn ich Eigentore schieß, aber... Der ist auch heiß. Oh, glaub nicht. Der Preis ist heiß. So, das war nur die Aufwärmrunde. Ja, das war die Aufwärmrunde. Das wird rausgeschnitten. Ja, das war... Das war nix. Aber ich habe einen Papierhut. Super. Oh ja, ich bin direkt noch eine Division gefallen. Because, fuck you, that's why. Nur der Gruppenleiter kann nach Onlinespielen suchen. Ja, ist ja gut. Nein, der Fretze. Kann nach Onlinespiele suchen. Mach hin, ne. So, ja, GG, ne, hab ich jetzt so geschrieben. Sorry. Ja, komm. Nix, GG, eh, Jun. Oh, ich libe runter. Kacke. Ihr gebt auf der Fretze. Geht der Wert? Dance with me. Du spielst, wie du singst. Kacke. Furchtbar. Das wär's frech. Frech? Frech, Junge. Ich bin nett. Leute, ich fahr. Ich bin da so drin. Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hut auf, das ist doch toll. Feuer! I will Greg's on fire. Oh, da bist du drin. Oh, ich bin zu hoch. Bist du gerade auf meiner Unterseite geprallt? Ich ne. Ne, Sebastian. Hoffentlich nicht, Junge. Geteaback. Ein bisschen eklig. Beiseite. Pew! Junge, wenn ich am Wald bin, kannst du gechillt in der Mitte warten. Oh, so. Ich dachte, Simon regelt das, aber ne, da machen wir ja nix. Das ist doch niemals geglaubt. Ich hab den Ball. Hab ich. Ja, geklaut von mir, ne? Ja. Junge, du hättest den nicht bis dahin gebracht. Nee, das war meine Vorlage. Guck, putz. Übelst die Plays gerade. Wir sind nämlich lit. Zum Glück haben wir das Spiel vorher rausgecuttet. Welches Spiel? Ja, ups. Beide Punkte. He, he. Aber ich hab nen Bass gekriegt, siehste. Also, den Boost. Ja. Das mit dem Bass krieg ich irgendwie auch nicht mehr weg. Nee, das geht nicht. Ich komm jetzt nur noch in die Gegner. Ich weiß auf den Ball. Die Gegner sind das Ziel. Sorry. Das tut mir leid. Das fand ich mal mit Absicht. Komm. Ja, danke. Alter, wirklich? Danke, Simon, gut gespielt. Ja, sorry, sorry. Ja, ich hätt ihn erwischt, wärst du nicht da im Weg gestanden. Alter, du bist voll in mich reingefahren, Video. Ja, geh doch mal aus dem Weg. Oh, Mann. Black Soldier. Black Soldier of Heaven. Ich fahr, hui. Jetzt, Junge, auf der Mittellinie gestoppt passt. Ich hab mir gedacht, den behalte ich. Yo, nice. Der wär doppelt drin gewesen. Hätt er Hände, den ich gekriegt, dann hätt ich ihn gekriegt. Ich muss mal gucken. Habe ich jetzt aber hier spannend. Guck da, guck. Meine Fresse, Tag Team. Da wär drin gewesen, so oder so. Habt ihr meinen Hut schon gesehen? Ja, der ist super. Nee, was wäre ein Hut. Guck mein Schiff hier gut an. Sofort. Hast du ihn gesehen? Bats. Oh, Mann. Dwear with me. Dwear with me. Ich hab mal eben gesungen. Das war so ein tolles Lied. Jetzt hab ich's wieder vergessen. Nein, das war nicht das Lied. Nein, nein. Wer ist stopp, Junge? Der war nice, Junge. Bisschen riskant, aber nice. Wer ist mein... Ah, kein Ding. Nee, von Simon. Ach so, Henni. Wie heißt der? Henni. Hey von Simon. Ach zu. Ich sollte aufhören zu schreien, glaub ich. Kacke. Der war gut gestoppt. Vom Gegner. Vom Gegner. Du hast ihn nicht mal berührt. Der kommt ein bisschen mittig, aber nicht ganz. Hi. Der Igel wurde jetzt hier. Bisschen scharf. Hallo. Danke. Trifft ihr die ganze Zeit? Ich krieg ruhig nicht vom Fleck. Ah, das hat keiner bei Chitty angehört. Aber ich stimme auf, ich kann es mir nachher anhören. Ja, das ist ja gut. Ich sag, der ist später schlecht. Ah, ich krieg auf den Rücken. Schildklöte. Online. Du musst ja nicht unbedingt immer hinfliegen, Junge. Du kannst auch einfach hinfahren. Ich dachte, der kommt höher. Es sah irgendwie so aus. Oh, mit dem Ton. Lieber, und der war zu dir. Fährst du denn schon wieder hin? Ich gucke, dass ich nicht auch nicht. Ich bleibe hier stehen. Aua. Ist denn das dieser Uterus da? Ja, ne, der Uterus schießt uns alle. Uterus? Uri. Er ist Urin, Junge. So, jetzt hab ich den auch mal weggeschubst. So. Du hast mich geschubst, Junge. Ich hab den immer zuerst geschubst. Ach so, na dann. Du hast mich, nur mich geschubst. Nein, vorher hab ich den anderen geschubst. Der andere war gar nicht hin. Nee, den hab ich schon da... Wir sind blau, Junge. Ja, das rückt dich. Ich hab's extra am Anfang gefragt. Ob wir blau sind? Ja. Ja. Und, hast du es ja gemerkt? Oder hast du doch Handy geschubst vielleicht? Ich hab Handy geschubst, aber vorher hab ich den anderen geschubst. Also. Oh, den hab ich. Hat sie nicht. Ja, das stimmt, weil du mit der der Footfinger wieder dran warst. Ja, hups. Wo fliegen die denn hin? Ich will ja was sehen, wer im Glashaus sitzt, der soll dem Kettner pissen. So, ich dachte, der darf nicht mit Schweinen. Das ist ja außerdem. Ich dachte, der hat einen Bratwurstbrat gesetzt. Alter, boah. Ja, das ist die Ballcamp. Ich seh nicht, was da ist. Wenn der Ball auf der anderen Seite ist. Ach so. Aber schon wieder schön die Tasten verwechselt. Wer ist da über mich drüber gesegelt? Ja, das war Edz Pets. Erstes Spiel, erster Sieg. GG, Junge. I'm calling. Erstes Spiel, erster Sieg. Hey, man kann mein Püppel sehen. Ja, heute leider nur eine Folge, ne? Tut uns echt leid. Aber wir kommen auch gerade momentan gerade überhaupt nicht so gut zum Aufnehmen. Voll sorry. Tut uns leid. Ja, dann. Na dann. Na dann, ich war besser als Sieg. Bis dann. Ich war der Beste. Tschüss. Ja, schön, ne? Ja, tschüss. Tschüss.